Und damit Servus, Grüß dich und herzlich Willkommen zum neuen Video bei Paul Unterleidner gemeinsam mit Mois wird heute den Boxsack komplett zerlegt und wir schauen, wer den dickeren Schlag drauf hat. Viel Spaß beim Video. Jeder hat zehn Versuche und dann schauen wir einfach mal, wer er hat, bis er besser zuschlägt. Und der Verlierer muss dann sich nackt ausziehen auf der Straße. Vielleicht, der für mich ist weniger ein Problem als für dich, oder? Was ist so der Standardtipp oder Standardfehler beim Boxen? Also Bruder, ich sage dir ehrlich, früher habe ich mich manchmal auf diesem Metall verletzt, niemals auf der schwarze Schlag und er die Geschwindigkeit mitnehmen kann. Also Körperbeton. Ja, Körperbeton. Aber du bist eigentlich sehr stark, Bruder. Eigentlich. Ah genau, der krasse Tipp für dich, schlag nicht da drauf, schlag hier hin, als wäre das hier. Dann steckst du halt durch. Stell dir vor, das ist dein Ziel. So, Paul Schlag Nummer eins. Paul. Paul, Bruder. Das hat sich echt nicht schlecht angehört. Das war auch nicht schlecht, tatsächlich. Wir machen auf easy. Ja, okay. Aber wir brauchen noch 80 mehr, ist schon viel. Nochmal, ist okay. So, Paul Schlag Nummer. Oh. Gefährlich. Gefährlich. Jeder Boxer hat aber das anders angestellt, oder? Ja. Man kann einstellen. Ist dir das anders angestellt? Doch, doch. 9-12. 9-12. Okay, jetzt ist es schwierig. Ich muss ein bisschen mehr ins Zeug legen. Let's go. Ja. Ja. Der hatte Power. Ich glaube, ich habe den Karsch getroffen. Alter, der sah aber stark aus. Ja, ich habe Karsch getroffen. Das meine ich. Ich habe so ein bisschen hier getroffen, und du siehst, reingeschissen, Alter. Jetzt müssen wir halt über 920, Alter. Das kann ich sagen. Komm, Bruder. Boah. Boah. Jetzt sind wir hier ganz kurz bewegt, Alter. Boah. 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 Hart. Ist das 9-31? 9-31, Bruder. Boah. Es wird sehr gefährlich hier, Mann. Ist jetzt jedes Mal steiger. Es ist sehr gefährlich, Mann. Es ist sehr gefährlich, Mann. Oh, nee. Gleich kommt 2650. Jeder hat immer noch 7 Schläge, Alter. Boah. Boah. Sag dir ehrlich. Hart. Also, du warst lang auf Boxautomaten, ne? Tatsächlich nicht, tatsächlich nicht. Ehrlich. Scheiße, Alter. Hier habe ich mein Handgelenk komplett gefickt. Ja, ja, ja. Komplett. Jetzt gerade habe ich auch so getroffen. Ja. Irgendwie zu wenig gegessen oder so. Scheiße. Zu vegan oder so. Zu wenig vegan. Mir fehlt Tofu. Zu wenig vegan. Mir fehlt Tofu. Du hast recht, Digga. Na, scheiße, Mann, Alter. Fuck! Ah, scheiße. Boah. Ah, fuck. Ich habe mich komplett... Ich habe komplett... Komplett auf diesen... Oder was? Ach, Digga. Digga, immer noch 5 Schläge. Immer noch genug Schläge noch, Alter. Der ist gut. Mann, lass mich doch normale Menschen schlagen und nicht Boxer automatisch. Mann! Er ist besser am Magen als ein Boxer automatisch. Ich gehe besser an Gesichtern, Digga. Digga, der gefasster Gegner. Bitte, ich sage es ehrlich. Ich glaube, wenn du ein bisschen hütender wärst, würdest du 990 schaffen. Ich glaube, du hast dich noch zurück. Weißt du, mit Boxer tanzst du? Quack. Wir können jetzt... Mach den noch. Nein, nein, ich hole Boxer. Okay. So, rechts. Und noch einer für Paul. Stark, wir haben hier alles, Alter. Okay, Paul, jetzt kannst du komplett reinhauen ohne Angst. Ohne so auf Faust zu achten. Und einfach reinhauen, Alter. Es fliegt ganz alles um so schlecht. Bruder, es fliegt ganz alles um. Ich muss immer halt Wiesten-Modaktieren. Oh, scheiße. Nein, Super Sergeant 13. Wird komplett aggressiv, Junge. Weil jetzt kann nichts passieren. Gar nichts. Jetzt kannst du direkt so auf nichts. Bruder, ich glaube... Ich glaube, ein bisschen mit Anlauf. Würdest du, würdest du den Kopf schaffen? Ja. Jetzt machen wir ein bisschen ernster. Ja, war gut. Weißt du, wie ich mein, Bruder, bis ich da runterkomme? Alles gut, Alter. Ich habe wieder Angst. Oh, ey. Ja, Bruder, ist alles gut. Der ist gut. Bis jetzt, Bruder, ich habe mich zurückkehrt. Soll ich mich ausziehen? Alles gut. Mafioso. Der war... Bruder, der hat sich gut angehört. Der hat sich stark angehört. Jawohl. Ja. Boah, Bruder. Stark. Stark, Junge. Nein, das war falsch. Fuck, diese Schuhe. Mann. Ich schwöre, ich bin verrutscht, Bruder. Ich schwöre, ich bin verrutscht. Fuck. Alter noch, komm. Versuch mal, alles rauszurollen jetzt. Der war auch mit Körper sogar. Ja, der war sehr stark. Der war extrem gut. Der war extrem gut. Doch, der war trotzdem gut. Ja. Ole. Doch. Wir haben uns während der Runde auf jeden Fall gesteigert. Ja. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Aber 1987 hat das nicht. 1987 hat das nicht. Aber ich glaube, wenn wir so ein bisschen Zeit hier verbringen würden, würden wir eine Chance schaffen. Dann müssen wir eine richtige Stelle finden. Also klar, der Gewinner der Runde ist Paul Arbileitner. Also du ziehst dich jetzt aus? Nein, nein. Das ist auch noch blöd. Nur unten ohne. Haha. Haha. Ja. Ja. Ja.